Ansehen. Ja, das wird sein. Ähm, Waschmaschine, ja. Hä? Wow. No can reach. Ja, dann, äh... Zurück. Das heißt, jedes Mal, wenn die Waschmaschine angemacht wird, fällt das Werkzeug runter. Wie oft wird also diese Waschmaschine angemacht, frage ich mich. Dieser Haushalt macht mir immer mehr Angst. Ja, den Karton können wir da drunter schieben. Erstmal. Ja. Dann fällt nämlich das Werkzeug drauf und wir können es uns einfach schnappen. Einfach so. Sehr gut. Aber das Ding schalten wir aus. Da ist wahrscheinlich eh nichts drin. Das liegt nämlich alles in diesem roten Behälter draußen im Garten. Es wird niemals gewaschen. Ziehen. Sehr schön, Max. Maxine. Hm. Ja, ich glaube, sonst hatten wir alles hier. Dann kann ich ja die Abkürzung nehmen, die wir gefunden haben. Let's go upstairs. Aufgehen. Okay. So. Hier hatten wir alles. Wir gehen direkt ins Zimmer. Wrong way. Okay. Ja, wir gehen trotzdem rein. Chloe, Werkzeuge. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Oh, das machen wir. Dann kann ich vielleicht das Foto machen vom Vogel, wenn es repariert ist. Deswegen konnten wir kein Foto machen, oder? Ja, dran habe ich gar nicht gedacht. Kriegst du es nicht hin? Na, super. Ja, ist ja gut. Ja, habe ich. Gut, dass du es sagst. Jetzt sag mir die Wahrheit, Max. Ich war nicht dort. Doch. Warum auch lügen? Ich war da, in der Körner. Verdammt. Du bist ein Ninja. Ein Ninja hätte hätte Nathan's Kopf ausgelöst. Ich habe nur eine Butterfly-Foto gemacht. Das ist so schade. Oh ja, ich habe mich fast verletzt, als ich die Schraube sah. Also, hat dich mich erinnern? Nein. Ich war mir nicht sicher. Gar nicht. Nein, absolut überhaupt nicht. Sonst hätte sie wahrscheinlich irgendeine Bemerkung von sich gegeben. Ja, und ich... Ähm... wie du gesagt hast, es war so ein Tag. Also, du musst uns überhören, unsere Gespräche. Ein wenig? Nicht wirklich. Ja doch, ein wenig habe ich doch... Ich habe alles mitbekommen eigentlich, aber die Option gibt es nicht. nur ein wenig. Es ist kein Weg, dass du nicht alle Vögel hörst. Okay, ich habe nur etwas über Geld, Drücken, aber das ist es. Jetzt für die große Frage. Habt ihr jemandem gesagt? Ich wollte... Nein. Hab ich es jemandem gesagt? Nein, habe ich nicht. Nein, ich wusste nicht, was zu tun. Ich schwebe dich nicht. Das ist ein bisschen intensiver Scheiß. Vielleicht sollte ich zum Prinzip gehen. Zum Prinzip? Sind Sie noch 12? Das drückte Jackass nur über Geld für Blacklight Academy. Du wirst ihn nicht. Ich wusste es. Geräusche, ich habe nicht jemandem blabbt. Ich versuche. Danke Gott. Ich werde dir noch mehr sagen. Und ich will dir wirklich dir, Max. Ich weiß, es war deinem Geburtstag letztes Jahr. Ja? Das war mein real Vater's camera. Ich will, du hast es. Das ist so cool, du erinnerst mein Geburtstag. Aber ich kann es nicht das. Natürlich, du kannst. Mein Vater würde mich so pissed wenn ich nie benutze. Und jetzt weiß ich es wird auch gut. Und ich werde das Bild als ein Symbol von unserer Reunion. Cool? Ja, natürlich ist es cool. Danke. Das Kamera ist so sweet. Jetzt haben wir das mushy aus der Weg. Ich fühle wie Stage Diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep. I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that pony white ass or take my picture with your new camera. Klar, warum nicht? This day couldn't get any stranger. Klar, es ist immer Luft nach oben, Max. Äh, Foto. Let's knacken, Max. Oh. Oh, man. Jetzt nicht mehr. Was? Warum? Oh. Äh. Äh. Äh, Schrank. ja 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 und second okay das hat nicht ich glaube die zeit zurückzudrehen ist nicht dauerhaft mit seiner supergeilen frisur also versteckt bleiben eingreifen okay ich habe keine ahnung was ich glaube bei der entscheidung müsste ich mir mal anschauen was passiert weil ich tendiere zu eingreifen wegen dem gras aber ich habe keine ahnung versteckt bleiben einfach gar nichts ich mache jetzt mal gar nichts mal gucken was passiert versteckt bleiben stop treating me and my mom like we're your family platoon hey leave joyce out of this i wish you'd leave joyce like now alter penner chloe i'm sorry i care about your mother and you just keep pushing me suck don't touch me again asshole that's the last time unglaublich or i'll bring the cops in here so fast you're not that dumb i'd be smart to have you busted chloe someday you'll grow up okay das das hat mir überhaupt nicht gefallen ehrlich gesagt absolut nicht hey you okay welcome to the real step douches of arcadia bay i'm sorry oh yeah for what he would have been a bigger dick if he caught you in here that's hard to believe anyway let's sneak out the window there is one cool place we can go to in this hick hole david was such a mean bastard to chloe what if i had stepped up to help ja 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 hätte er sie dann nicht geschlagen ich muss es sehen ja 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 zurück zurück alles zurück jetzt müssen wir das schon wieder machen okay das haben wir alles gemacht überspringen ja 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 klar der findet das gras ja ja okay wir greifen ein was passiert dann klickt er uns okay cool oh my friends well 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 i don't like strangers in my home especially dopers so you're bringing drugs into my home how about if i call the police that screw up your spotless black well record oh my friends Yow you do seem to get around max i'm sick of you losers dragging chloe down missy you sure you sure do like to pop up and start trouble like this afternoon Ja. Ja. Wäre gar nicht schön. Niemand wird geschlagen. Gefällt mir viel besser das Ende. Ach nee. Ja. Ja, das stimmt. I can sleep steht da übrigens. Das finde ich irgendwie cool. Am Ende des Bettes. Ähm. Ja. Dieses Ende hat mir persönlich viel besser gefallen. Es wurde niemand geschlagen erst einmal. Zweitens. Chloe hat uns die Waffe gezeigt. Die Waffe die aus dem Schrank genommen wurde. Und. Ich denke. Das ist auch das. Also das ist die Entscheidung mit der ich auch weiter spielen werde. Hat mir viel besser gefallen. Ähm. Aber dass sie die Waffe hat das gefällt mir überhaupt nicht. Also. Ja. Keine Ahnung. Äh. Bezweifle. Also ich bezweifle sehr dass wir das für gute Sachen einsetzen werden. Es wird einfach nur. Schrecklich glaube ich. Mit dieser Waffe. Wir sollten die Waffe loswerden. Ich habe aber nicht die Möglichkeit gehabt. Ähm. Sie ihr zu. Wegzunehmen. Okay. Ähm. Warum. Warum sollen wir aus dem. Aus dem Fenster raus. Er hat uns doch eh schon gesehen. Also er hat mich schon. Schon gesehen. Warum soll ich mich dann jetzt hier raus. Schleichen. Keine Ahnung. Ja. Wir machen jetzt hier eine auf James Bond. Und verlassen das Zimmer. Auf geht's. Auf geht's. Mhm. Ja. Das war übrigens der Leuchtturm. Der aus unseren Träumen oder Albträumen. Ein Reh. Schön. Ja echt jetzt warte doch einfach mal. Mann. Ja. Ja. Das ist schön das dir auffällt. Okay. Ähm. Gehen wir direkt hoch. Ich drehe mich erstmal um. Was haben wir denn hier. Da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Mein Gott. Ich habe dich. Yes. Oh. Oh. Der Vogel. Haben wir jetzt den Sonnenuntergang verpasst. Wehe. Aber von wo hätte ich denn einen Sonnenuntergang sehen sollen. Vielleicht kommt das noch. Ich denke mal dass es noch kommt. Wir haben den Vogel. Geil. Ey. Moment mal. Hier. Hier war da noch irgendwas. Da. Flasche. People can be such pigs. Ja. Absolut. Immer und überall. Ansehen. Mhm. They haven't updated this sign since the 1980s. Mhm. Flora und Fauna von Alcadia Bay und Du. Hallo Natur liebe Haber Oregons. In diesen Wäldern findet ihr eine Vielzahl an Tieren. Aber das heißt nicht dass sie nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein. Seid vorsichtig. Füttert keine Tiere im Wald. Bitte bleibt auf dem Pfaden und fragt einen Ranger wenn ihr Hilfe braucht. Graffiti? Füttert nicht den Bigfoot. Bleib weg. Weißer Mann. Was? Ja. Stairway white man. Ja. Stimmt. Steht drauf. Macht die Natur nicht kaputt Freunde. Nicht kaputt. Nicht kaputt. So. Hier geht's zurück. Da können wir bestimmt nicht durch. Das alte Frenz ist Teil des Landscaps. Der Weg hinter dem führt zu dem Parkingrad. Ja. Gibt's hier sonst irgendwas? Ich bin sehr froh dass wir den Vogel gefunden haben. Dahinten ist ein Boot. Haben wir sonst irgendwas? Nein. Dann gehen wir auch mal ein bisschen schneller aufwärts. Ich hab gewonnen. Dick gewonnen. Das war auch nicht schwer. Der haut ja direkt ab. So. Was ist das? Ein Schild. Ja. Ein wenig. Nur dass hier kein Tornado stürmt. oder wütet. Was haben wir denn hier? Use caution and chill. Dangerous drop offs. Okay. Ja. Verstehe. Warren schreibt. Hat er gut aufs Maul bekommen. Von Nathan. Okay. Was? Moment, Moment. Hoch. Wo geht's los? Da. Ja dann Max. Dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß du sorgst dich um mich. Nein. Nicht wirklich. Okay. Da hat er ein Selfie von sich gemacht mit seinem Pfeilchen. Ich hole dir was. Ich hole dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Okay. Versprochen. Kein Problem. Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Keck. Keck. Was heißt Keck? Ich weiß gerade echt nicht was Keck heißt. Keck wüsste ich aber Keck. Keine Ahnung. Ihr könnt mich ja mal aufklären in den Kommentaren wenn ihr möchtet. Was heißt Keck? Ich hab keine Ahnung. Zurück. So. Die anderen Nachrichten haben wir alle gelesen. Mhm. Gut. Ja das stimmt wohl. Da ist eine Sonne. Ich muss ein Foto von der Sonne machen. Steinmännchen. Was? Das ist. Verängstigend. Steinmännchen. Keine Ahnung. Was ist es? Karte. Die haben wir uns ja schon mal angeguckt. Wowzer. Chloe hat das gemacht, um unser Tiefort zu marken. So dass wir uns immer wieder finden können. In Fall einer Anmerkung. Ach. Der Totenkopf. Hm. Nice. Ich glaub das haben wir uns doch noch nicht angesehen oder? Wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Im Traum? Konnte man sich das im Traum ansehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub aber nicht. Ich glaub aber nicht. Haiku. Was steht da? So. Turn this way now. Or. Face the lonely autumn tree. And never look back. Mhm. Gut. Fußabdrücke. Vom Bigfoot. Those sure aren't big feet. What kind of animal left us prince? Haha. Geil. Nein. Das war doch nicht Bigfoot. So. Oh. Was? An den Wind? Naja. Dieses Graffiti erinnert mich irgendwie an Mathe. Äh. Nicht schön. Schnell weg hier. Okay. Können wir jetzt, können wir jetzt hier rein? Mal sehen was da drin ist. Graffiti? Was äh. Ist das ein Bigfoot oder ein Gorilla? Was äh. Oh. Ah. Okay. Ja ja. Klar. Das äh. Football Team. Na klar. Leuchtturm. Äh. Hä. Hä. Aber heute nicht. Graffiti. Graffiti. No one. Wie lange ist das hier? Wie lange ist das hier? Keine Ahnung. Sag du es mir. Ich hab keine Ahnung wie lange das schon da ist. Sieht aber neu aus. Lagerfeuer. Ja. Ja. Du bist nicht wirklich das Party Mäuschen. Nicht wirklich. Okay. Ich glaub. Wir haben alles. Chloe. Reden wir mit Chloe. Ach. Ein Foto. Na klar. Jetzt hätte ich fast das Foto schon wieder vergessen. Ja. Machen wir ein Foto. Cool. Und die Parkbank. Natürlich. Freunde. Wir haben alles. Wir haben alle Fotos gemacht. Bin sehr stolz. Das gefällt mir gut. So was mag ich. Das passiert eben. Wenn man sich alles anschaut. Wirklich alles anschaut. Dann hat man gute Chancen. So ein Fotoalbum voll zu bekommen. Okay. Gut. Chloe. Reden wir jetzt? Oder was? Kann ich von hier nicht mit Chloe reden? Muss ich um die Bank herum gehen? Ja. Ach. Ist ja schön. Schaut euch doch mal das Wasser an. Schaut ihr das Wasser an. Ja. Toll. Sprechen. Hast du sicher nicht alleine sein? Hast du einen Seat, Pete? Hast du einen Seat, Pete? Hast du einen Seat? Was ist das denn? Du bist gut gelaunt. Du bist in einem guten Mood. Versehen, dass mein Stepdork spielt, macht mich glücklich. Ich bin nicht so groß wie du. Und David ist tatsächlich ein Stepdouche. Du. Entschuldigung, du musst es erst einmal erleben. Du musst mit ihm leben. Hast du immer so gesehen? Seitdem meine schuldige Mutter seinen Schein in unser Haus geragte. Ich habe mich nie vertraut David. Hm. Er hat Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen. Naja. Nee, hätte ich nicht. Muss nicht, glaube ich. Er hat sie blöd angemacht. Er hat sie gefühlt auf Kate Marsh heute. Ich weiß sie. Sie ist cool. Nur der Prick würde sie bully. Er hat ein bisschen eine gewisse Glocke. Er hat viele secreten Daten. Rambo denkt, er ist noch nicht zu fangen. Er hat sie eine Belegung. Ja. 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 Ich konnte es nicht so sein. Es ist niemals anders. Was hast du? Was hast du? Verrückte Bilder von Kate Marsh. Mit anderen Blackwall-studien. Der Mann, der den Job schimmt. Der Mann, der nimmt seine Arbeit zu sehr. Er ist immer wieder in der Wburg oder so. Er ist ein totales Auszunせurbetisus. Der Worte die Spi-Cams in der Haus. Er hat dich informiert. Ich wusste nicht. Du bist dein Haus unteren Sepan asset zu uns. Was meine Liebe? Ja. Er hat die Belegung vor die Haus vom Haus. Ich sah es auf derEL AUGren. Ich hab das in einem Monat. Ich wusste es. Er ist so heller fucking paranoid. Ich werde das ein geheimnis für heute. Ladies manchmal, Ignoranz ist es bliss. Er ist Glück, Gott. Ich bin so schädig. Jeder in dieser Stadt kennt alle Geheimnisse. Was ist Nathans Geheimnis? Er ist ein elitischer Geheimnis, der mit Laxative kauft. Und er hat mich mit etwas Drogen in seinem Raum gesammelt. Was? Ich habe ihn in einer schweizenden Bar, der mir nicht gekauft hat. Er war zu rich für den Ort und zu verdammt. Und er stammt auf die Bälle. Just tell me, was passiert, Chloe. Jetzt. Ich war ein Idiot. Ich dachte, er war so aufgelistet, es wäre eine einfache Zahl. Du brauchst Geld so schlecht? Eigentlich, ja. Ich verdiene viel Zeit. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie aufstehen. Und Nathan? Wie viel? Aber wie viel haben wir, glaube ich, gesehen auf dieser Rechnung? Fürs Auto? Das war schon... Ja, das ist schon recht viel. Aber was ist mit Nathan? Also, was über dich und Nathan? Wir gingen zu seinem Raum in Blackwell. Wir tranken und ich rief auf seinem rissen Kind. Er war ein Schritt nach vorne und hat etwas in meine Bier. Oh Gott, Chloe. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, ich mache das. Dann was? Was? Ich weiß, dass ich auf dem Boden fuß. Ich wuchs auf und der Perv war schreit. Er schreit nach mir mit einer Kamera. Geh auf. Alles war ein Blur. Ich versuchte, ihn in den Ballen zu schreiten und habe ein Lamp. Nathan freckte. Also, ich durfte die Tür auf die Tür und rauskommen. Gut. Max, das war verrückt. Das... Das ist so krank. Ich bin so wütend. Das ist wirklich krank. Ja. Chloe, das ist so verbrannt. Was hast du dann gemacht? Oh. Ah, okay. Er ist immer noch gefährlich. Lass uns die Polizei informieren. Nein. Nein. Polizei ist nicht so. Ähm. Ich will die eigentlich rauslassen. Weil die sind... Die sind alle korrupt, habe ich das Gefühl. Ich kenn die nicht. Aber... Prescots... Die sind zu mächtig, glaube ich, hier. Die haben alles in der Tasche. Deswegen... Er ist immer noch gefährlich. Er ist immer gefährlich, Chloe. Nicht nur für dich. Gut, dass du niemandem nicht erzählst. Nathan Prescott besser auf seine Rückseite jetzt. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du hat mich zu retten. Ich bin immer auf das. Ich sehe dich nach all diesen Jahren, fühle mich wie... ...Destiny. Wahrscheinlich. Was, jetzt? ...Destiny ist,? Ich hoffe, wir finden Rachel. Ich liebe sie, Max. Das King Moon. Hm. und es um Glacier zu drehen. Was? Jetzt los. Ach du Scheiße. Wir sind zurück in den Altraum. Und da ist schon wieder das Reh. Aber ein Geister-Reh. Wow, was war das denn? Alter, da war ein riesiger Stein. Äh, okay. Kann er hier wahrscheinlich... Ja, kann ich. Okay, okay, okay. Ja, ja, reicht. Das ist nicht so gut, wenn ich so weit zurückspule, glaube ich. Da geht's zum... Oder ist das Reh? Zeig mir den Weg, Reh. Was? Alter! Was? Der Tornado. Alter, der zerfetzt einfach alles. Okay. Äh, ja, ja. Moment, Moment. Da ist noch ein Weg. Ja, wir kommen jetzt durch. Wir wurden von einem... Matt! Rewind! Jetzt! Ja, 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 ja. Wir wurden von einem Leuchtturm erwischt, Freunde. Schnell, 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 schnell. Das war aber knapp jetzt. Äh, was... Was sollen wir hier? Krass. Oh, das ist ein Monster-Tornado. Sharknado. So, jetzt fehlen nur noch die... Die Geier. Äh, was Zeitung... Zeitung lesen. Zeitung lesen. Was, warum? Oktober 11? Ist das Freitag? Oh. Das ist nur vier Tage weg. Ist das eine Zukunftsvision? Oh, nein. Der Tornado ist direkt nach der Stadt. Chloe! Du bist hier. Ich bin zurück. Oh, mein Gott. Das ist real. Es ist real. Oh, man. Das tut. Max. Was ist passiert? Ich habe es nicht. Ich hatte eine andere Vision. Die Stadt wird von einem Tornado geöffnet. Oregon bekommt über 5 Tornadoen alle 20 Jahre. Du hast nur zoned. Nein, nein. Ich habe es gesehen. Ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft. Komm, schau mal. Okay? Chloe, ich bin nicht verrückt. Ich habe es gesehen. Aber es ist etwas anderes, ich muss euch sagen. Es ist etwas... Es ist etwas... ...Hardcore. Talk mit mir, Max. Ich hatte das gleiche Vision, früher in der Schule. Wenn ich aus der Schule kam, ich herauskommt, wie ich gesagt habe, nicht verrückt. Aber ich... ...warte? Ich habe es gesehen. Wie du, wie ich in der Pfanne in der Wohnung habe? Bei reversing Zeit? Ja, sicher. Ich habe dich get shot, Chloe. Ich habe dich tatsächlich... ...die... 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 ...dass ich mich auf der FIER ALARM. Okay, ich sehe, du bist jetzt eine Geek mit einer guten Imagination. Aber das ist kein Anime oder Video Game. Leute haben keine die Power, Max. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe es. Und ich bin es schade schade. Du musst dich hoch. Es ist ein helles Wahnsinn fucking Tag. Ja, wer ist schade... Und das ist schade. Wie geht es hier? Are wir hin? Klo ist immer da. Ok. Wer ist der denn? Oh Mann. Der merkt gar nicht, dass es schneit. Das war das Ende. Das ist das Ende von Episode 1 Krusalis. Freunde, wir haben es geschafft. Ja, was soll ich sagen? Die Story ist gemächlich. Es wird viel geredet tatsächlich. Aber es gefällt mir. Es ist echt cool aufgebaut. Also die Charaktere wirklich sehr, sehr cool dargestellt. Und ja, ich denke mal für eine erste Episode von 5. Also es kommen jetzt noch 4. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es losgeht mit einem Feuerwerk. Was auch cool wäre, aber die Story an sich gefällt mir sehr gut. Alleine die Idee dazu. Das ist schon echt cool. Und wie man das umgesetzt hat, das mit dem Zeit-Zurück-Drehen, finde ich sehr gelungen. Also das macht echt Spaß. Mit Leuten zu sprechen, was herauszufinden und dann wieder zurückzudrehen die Zeit. Um dann die richtige Antwort sozusagen zu geben. Das ist schon echt cool gemacht. Und wie gesagt, sowas wünschte ich mir auch mal im wahren Leben. Aber man kann ja nicht alles haben. Die Musik hat mir sehr gefallen. Vor allen Dingen auch. Und sehr, sehr coole Töne. Hier ist nochmal der Cast. Also ich kann schon verstehen, warum viele dieses Spiel mögen. Auch wenn es jetzt nicht hier der Action-Kracher ist mit Peng Peng und Boom Boom. Muss aber auch nicht immer sein. Also von den Spielen spiele ich auch oft genug solche Titel. Und das hier ist mal das komplette Gegenteil. Das ist jetzt wirklich nur auf Story gedacht. Und ich mag solche Spiele eigentlich sehr gerne. So wie The Walking Dead zum Beispiel. Wobei da ja auch recht viel Action ist. Zwischenzeitlich hier eher wenig. Also jetzt in dieser ersten Episode wenig Action. Aber schon viele, viele Stories. Viele Leute kennengelernt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wirklich sehr gespannt. Ich denke, dass ich mit der zweiten Episode auch sehr zeitig starten werde. Weil ich selber auch wissen möchte, wie es da weitergeht. Und ja. Es gibt ja noch den zweiten Teil von Life is Strange. Ich hatte in der ersten Folge gesagt, das heißt Beyond. Aber das heißt gar nicht Beyond. Das heißt anders. Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Doch Before the Storm heißt der. Das ist die Story vor dieser hier. Also die Vorgeschichte zu Life is Strange 1. Das werde ich in jedem Fall auch spielen. In jedem Fall. Und ja. Momentan ist Life is Strange 2 draußen. Die letzte Episode wird bald online sein. Das heißt, ich muss mich ein wenig ran halten. Damit ich das auch rechtzeitig schaffe. Weil ich möchte das Spiel unbedingt spielen. Wenn es rauskommt, möchte ich mir die komplette Season holen. Von Life is Strange 2. Und ja. Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt. 1 und 2. Aber das ist egal. Ich möchte sich Story hier mitnehmen. Episode 1 hat mich schon sehr gefallen. Und ich bin sehr gespannt auf die zweite. Ich lasse jetzt die Credits noch durchlaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und bis dahin werde ich meinen Kopf etwas ausstellen. Wenn das dann geht. Ja, bis gleich. 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wieso hat es geschneit am Ende? Fragen über Fragen. Ich hoffe, in der zweiten Episode werden wir Antworten dazu bekommen. Ich gehe jetzt erstmal hier zurück. Alter. Ich werde zurückspulen wahrscheinlich, wenn es so weit ist. Life is Strange Episode 2 Out of Time. Das ist also die nächste Episode. Ja. Wunderbar. Freunde. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Episode 1 ist abgeschlossen. Ich habe alles gesagt, was zu sagen war. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich freue mich auf Episode 2. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. mit dem, wie ich gespielt habe, vor allen Dingen. Es ist natürlich ein sehr ruhiges Spiel. Also für alle, die die eher Action-Geballer und Gemetzel lieben, ist das nicht das richtige Spiel. Natürlich nicht, aber ich versuche natürlich alle ein bisschen zu unterhalten, die dann eben auf solche Spiele hier stehen. Und mir persönlich gefällt es ja auch. Also mir gefallen solche Spiele. Es muss nicht immer geballert sein. Deswegen mich würde es freuen, wenn ihr einfach ein paar Kommentare da lasst, Likes da lasst und mir einfach mitteilt, was ihr vielleicht für Entscheidungen getroffen habt. Das würde mich echt interessieren, ob sich die Story irgendwie ändert, zu dem Ende, was wir jetzt gesehen haben. Das weiß ich jetzt nicht. Und ja, wie euch das Spiel gefällt. Also Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und ich würde sagen, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und Adios Amigos. Ciao, ciao.